In Europa bahnt sich eine Revolution an, weil die Allianz von Viktor Orban immer mächtiger wird. Jetzt ist auch noch der Wahlsieger aus Holland, also die PVV von Gerhard Weiders, beigetreten. Und damit wird die Fraktion, die Patrioten, immer mächtiger und bei den Linken im Europaparlament macht sie schon richtig Panik breit. Schauen wir uns mal die Details an. Los geht's! Vor etwas mehr als einer Woche hat der ungarische Regierungschef Viktor Orban zusammen mit den Österreichern und den Tschechen eine neue Fraktion im EU-Parlament gegründet. Und das Bündnis hat es wirklich in sich. Weil diese Fraktion ist nicht nur eine Allianz von den konservativen und rechten Kräften, sondern auch von den Regierungsparteien aus den verschiedenen Ländern. Weil neben Ungarns Präsident Viktor Orban sind auch noch die Wahlsieger aus Österreich der FPÖ und auch die Wahlsieger aus Tschechien die Anno dabei. Und gestern hat sich dann der nächste Paukenschlag angekündigt, indem der Wahlsieger aus Holland, die PVV von Gerhard Weiders, ebenfalls beigetreten ist. Die Tagesschau schrieb, Walders Partei schließt sich Rechtsaußenfraktion an. Die Partei PVV des niederländischen Rechtspopulisten Gerd Weiders will sich im Europaparlament der geplanten neuen Rechtsaußenfraktion anschließen. Wir wollen unsere Kräfte im Europäischen Parlament bündeln und werden uns mit Stolz den Patrioten für Europa anschließen, erklärte Weiders. Stark und souverän, wir wehren uns gegen illegale Einwanderung, wir verteidigen den Frieden und die Freiheit und unterstützen die Ukraine, heißt es. Nach Erfolgen rechter Parteien bei der Europawahl hatten Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban und der Chef des österreichischen FPÖ Herbert Kickl am Sonntag die Gründung der neuen Fraktion bekannt gegeben. Dem geplanten Bündnis Patrioten für Europa traten zudem die populistische und euroskeptische Oppositionsplanung des frühen tschechischen Regierungschefs André Barbies bei. Auch die spanische Fox und die portugiesische Schäger haben angekündigt, sich anschließen zu wollen. Und das, meine lieben Zuschauer, ist wirklich ein richtiger Paukenschlag. Gerd Walters hatte ja vor kurzem die Wahl in Holland gewonnen und bildet jetzt zusammen mit drei anderen Partnern die Regierung bei unseren Nachbarn. Und demzufolge hat die EU-Fraktion, die Patrioten, jetzt einen weiteren Wahlgewinner in den Reihen und wird damit immer mächtiger. Holland hat ja insgesamt 31 Sitze im Europaparlament und davon hat die PVV sechs Stück. Aber noch viel wichtiger als diese sechs Sitze ist die neue Geschlossenheit der rechten Parteien in Europa. Ganz Europa erlebt gerade einen deutlichen Rechtsruck und immer mehr Menschen haben die Nase voll von der zerstörerischen grünen linken Politik. Und diese neue Fraktion, die neuen Patrioten, die sprechen mit ihrem Programm wirklich die allerwichtigsten Punkte an und könnten deswegen richtig erfolgreich werden. Die vier wichtigsten Punkte aus dem Programm sind erstens weniger EU und mehr Nationalstaat, zweitens 180 Grad Wende bei der Migration, drittens 180 Grad Wende bei der Energiewende, viertens Frieden statt Kriegshetze. Und jetzt natürlich die große Preisfrage. Zusammen sind diese Parteien jetzt zusammen mit Gerd Walters sechs verschiedene Mitglieder. Aber man braucht natürlich sieben Mitglieder und deswegen die große Frage, wer wird das siebente Mitglied bei den Patrioten? Die Tagesschau schreibt weiter, mit Walters Ankündigung würde die neue Fraktion über Abgeordneten aus sechs Ländern verfügen. Vorgeschrieben für den Fraktionsstatus im Europaparlament ist die Mitgliedschaft von Abgeordneten aus mindestens sieben Ländern. Spekuliert wird unter anderem über den Beitritt der italienischen Lega oder des französischen Rassemblement National der Rechtspopulistin Marie Le Pen. Und auch das wäre ein riesengroßer Paukenschlag, weil gerade die italienische Lega und die französische Rassemblement National waren ja vorher die beiden großen Säulen in der EU-Fraktion Identität und Demokratie. Und wenn diese beiden Parteien jetzt zu den Patrioten kommen, dann hat sich meine These von letzter Woche bestätigt und die alte Fraktion Idee ist komplett zerstört. Und das, meine lieben Zuschauer, wäre dann wahrscheinlich auch der Grund, warum die deutsche AfD aktuell nicht zu den Patrioten geht. Weil gerade Marie Le Pen hat ja die AfD aus der ID-Fraktion rausgeschmissen und wenn sie jetzt zu den Patrioten geht, dann wird sie dort auch eine Blockade gegen die AfD aufrechterhalten. Oder es kann auch gut sein, dass Marie Le Pen nach ihrer Wahlnialage gestern in Frankreich endlich wieder demütig wird und sich mit der AfD wieder annähert. Sie sagte ja nur, also offiziell, dass sie die AfD aus der ID rausschmeißt. Von den neuen Patrioten, davon hat sie nicht geredet. Und natürlich wäre das ja reine Wortspielerei, aber es könnte natürlich auch eine geheime Wahlkampfstrategie gewesen sein, so wie zum Beispiel das Bluffen beim Poker. Aber so oder so, heute am 9. Juli trifft sich das EU-Parlament zu seiner ersten Sitzung, ja, und zwar zu der konstituierenden Sitzung. Und dort werden dann klare Fakten geschaffen. Wir werden ganz genau sehen, welche Fraktionen sich bilden, wer mit wem zusammenarbeitet und wer am Ende bei den Patrioten dabei ist. Ich werde euch auf dem Laufen halten, das wird richtig spannend.